Okay, auf ein zweites Mal gehen wir rein. Letztes Mal war ja weird. Wir hatten einen direkten DC und haben trotz Afghans einen Vorkehr geholt. Weird, aber nee, nix, aber weird. Punkt. Versteh ich nicht ganz. Hier ist niemand und wir spielen natürlich wieder Moda Do Da Ring. Bitte sag du DCs nicht gleich. Ich hab wirklich Angst gerade. Ich hab echt nicht viele von den Moda Do Da Rings. Da würde ich es echt präferieren, wenn du einfach mal nicht DCen würdest, okay? Warte mal. Oh, okay, warte mal. Speedy, speedy. Na, er läuft in die richtige Richtung. Aber er ist greedy. Er ist nicht greedy. Oh, er ist gar nicht greedy. Er versteht einfach nur das Spiel. Oh, okay, okay. Ich weiß nicht, ob er der richtige Man To Go ist. Ich glaube, ich versuch da was anderes. Okay. Hat funktioniert. Und hier an der Pallet können wir gut, gut, gut rausholen. Komm. I will recharge. Boah, was? Nein, meine Ohren. Okay. Bruder, wirklich. Ich hasse den Spirit, weil ich einfach keine Ohren hab. Ich hasse den Spirit, weil ich einfach keine Ohren hab. Mag es nicht. War das ein Pallets dann auch noch? So, haben wir es jetzt. Dann wird es halt Basement. Hoffentlich. Wird es dann Basement? Nee. Wird es nicht. Aber okay. Es ist nicht Basement geworden, aber es ist noch immer okay. Okay. Da will wer unbedingt den Rescue direkt holen, ne? Nicht? Okay. Sollte ein Hit sein. Sie wollte mich wohin attacken. Okay. Weiß ich nicht, ob das der Play ist. Ja, ich wusste es, aber... Natürlich bekommst du den Stun trotzdem. Okay. Ja, Idiot. Und die Chen rushen durch. Doch. Die Chen rushen durch wie sonst was. Okay. Holy shit. Also die Items, da freue ich mich jetzt schon drauf, die zu sehen. Wirklich. Ja, wichtiger Hit. Wir müssen direkt zurückgehen. Wir müssen das jetzt ein bisschen safer spielen. Hier ist ein Chen, hier ist ein Chen. Ich würde gerne die beiden Chens hier halten noch. Ich würde gerne beide Chens hier noch halten. Oh, du Idiot. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Danke. Jetzt nur hoffen, dass kein Flashlight daneben ist. Okay. Wirkt nicht so. Da ist aber noch der verletzte Jake. Und das haben wir. Hier noch kicken schnell. Bei der ist mir sonst ein bisschen zu high progress. Dann würde ich ganz gerne mal kurz hingucken, hier. Okay. Ah, die Palette ist natürlich her. Recharge. Warte mal. Was? Wurde hier ist ein Flashlight? Gott. Ich wurde betrogen. Und belogen. Aber jemand hat, glaube ich, den Chen getoucht, oder? Ja, da ist jemand am Chen. Okay, campen. Campen. Last one. Er ist verletzt. Der kann nicht kommen. Ace muss auch noch hierher kommen. Wir wasten die Zeit von drei Leuten gerade. Ja, oder vielleicht auch nicht. Ja, Mann. Verstehe schon. Ja, nice trial zum Hit tanken. Ja, wirklich nice trials von denen. Die sind echt gut. Die sind echt gut. Das mag ich nicht, dass die echt gut sind. Wo ist der nächste Reudige? Ach, einfach hoffen. Ich kann nichts außerhoffen gerade. Uhuhu. Ah, Flashlights können dann halt wirklich auseinandernehmen. Okay. Du bist der Puck. Angenommen, mitgenommen. Ja. Ja. Okay. Sehr gut. Ja, Mother Dollar Ring. Das ist crazy. Das ist crazy. Und ich bin nicht mal gut mit Spirit. Ich bin nicht mal gut mit Spirit. Müsst ihr bitte auch bedenken. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Deadlock auch direkt. Okay. Ja. Weiß nicht, ob das der Play ist, zum Shack zu gehen gerade. Das ist halt, was ich nicht weiß. Boah, du kleine Bastard. Du kleine Bastard. Die halte ich mir noch ready. Die halte ich mir noch ready, die Pallet. Die halte ich mir nicht ready, die halte ich mir nicht ready halten sollen. Hätte ich das gewusst, hätte ich das gewusst. Ja, ich konnte nicht länger. Okay. Gehalten. Hier könnte ein Windows-Safe kommen, aber ich schätze mal nicht. Okay. Wahrscheinlich wird hier gleich der Chen gemacht. Verpisst dich. Safe könnte gleich kommen. Wir haben eine gute Position hier. Wenn ich wüsste, wo Clödi ist. Ich habe sie vorher gesehen. Sie kann nicht weit weg sein. Wir kicken einfach mal den Chen. Wir können auch sofort zurück mit Mother-Daughter-Ring. Und wie hältst du eigentlich dein Medikid? Ist dir das irgendwie wichtiger als dein Leben gerade? Das ist so gut zum Campen gerade. Also wow. Das ist so ein guter Camp. Die müssen jetzt wirklich die beiden Chants fertig machen hier, um den Camp irgendwie aufzuhalten. Das werden sie halt nicht. Sie healen sich. Das könnte jetzt auch was werden. Aber ihr müsst euch beide healen. Ihr müsst euch beide healen. Ihr müsst euch unbedingt beide healen. Sonst wird das nichts. Grabs sind zu dumm. Grabs sind wirklich zu dumm. Also Grabs sind das dümmste in Dead by Daylight. Muss man einfach sagen. Dass man Halfie Survivor einfach runtergraben kann. Das darf nicht sein eigentlich. Darf eigentlich wirklich nicht sein. Okay. Ah, hinter mir durchgewolltet. Ey, wirklich Mother-Daughter-Ring-Spirit ist dumm und Grabs sind dumm. Boah. Boah, ist das dumm. Ja, und was sollst du jetzt machen, ne, Homie? Ja, ich verstehe dich. Boah, das ist sogar dein First Hook. Es ist sogar dein First Hook. Ey, wirklich. Die haben richtig gut gespielt. Aber ich bin fucking Mother-Daughter-Ring-Spirit mit Recharge, Eerie. Und ich bekomme den Grab. Und ich bekomme den Grab. Wow. Wow. Das war crazy. Das war crazy. Holy shit. Mother-Daughter-Ring-Spirit dürfte es nicht geben. Wirklich nicht. Es ist zu fucking OP. Es ist zu fucking OP und wir bekommen den Headshot. Let's go. Let's fucking go. Habe ich gar gelaggt? Bitte nicht. Danke. Okay. Wirkt das vielleicht nur dumm. Und ja. Das war wirklich strong gespielt gegen fucking Mother-Daughter-Spirit. Wirklich crazy. Boah. Okay. Ich weiß, was mit den Chants war. Aber warum dreimal? Ist das nicht ein bisschen Overkill? So ein kleines bisschen Overkill. Bruder. Bruder. Aber okay. Wir haben es noch geholt. Schreibt gerne eure Meinung zu Mother-Daughter-Ring-Spirit und generell Eerie-Spirit in die Kommentare. Ich finde das Recharge-Add-On ist vollkommen fein. Aber Mother-Daughter-Ring ist dumm wie sonst was. Und ja Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder mal einen geilen Wind holen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020